Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei Maischisch und damit zum zweiten Review von den neuen Aquamenta Sorten und wir gucken uns heute die zweite und letzte Sorte an der beiden Sorten. Wir haben uns ja im letzten Review den Plum Mix, also den Pflaumentabak angeguckt und Aquamenta hat noch so ein absolut verrücktes Ding rausgeschmissen und das Ding heißt Purple Mangosteen oder Mangosteen, auf jeden Fall die Frucht heißt auf Deutsch Mangostan, hat eigentlich nichts mit einer Mango zu tun, ist eine ganz eigenartige Frucht. Ich blende euch hier mal ein Bild von der Frucht ein, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, was das ist. Ja, das Ganze von Aquamenta hier ist wieder Aqua 2.0, also ohne Shot-System, ihr braucht hier keinen Shot mehr hinzuzufügen und ihr habt hier auf den Blechdosen auch wieder diesen Aufkleber drauf, hier ich zeig's euch mal und da steht wieder Purple Mangosteen drauf oder Mangostan, wie auch immer, dass man das jetzt ausspricht. Bezahlt 1790 für 200 Gramm und wie gesagt, ihr braucht hier keinen Shot mehr. Das Ganze kriegt ihr wieder hier im Pappkarton und dann in der Dose. Der Tabak selber ist dann hier in der Dose wieder im Factory Bag und ich habe das hier auch hier drin gelassen, weil die Dosen anfangen zu rosten. Also laut Wikipedia soll Mangostan so ein Geschmack sein, der sich zwischen Grapefruit, Traube, Ananas und Pfirsich bewegt. Also ja, einfach eine exotische Frucht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir riechen jetzt hier am Tabak. Und der Geruch ist wirklich absolut krass, ja, also sehr, sehr süß, sehr, sehr fruchtig. Es riecht einfach wirklich exotisch. Ganz, ganz leichte kühle Note wie bei dem Pflaumenmix. Ja, einfach. Also ich könnte hier wirklich einen Löffel nehmen und das rauslöffeln. Es riecht so ein bisschen wie Fanta Exotik, schmeckt, finde ich. Ja, einfach exotisch und lecker. Dann blende ich euch jetzt hier wieder ein Bild vom Schnitt und von der Feuchtigkeit ein. Das Ganze ist wieder Aquamenta-typisch ein mittlerer Schnitt. Feuchtigkeit sehr gut eingezogen. Dann packen wir das Ganze hier wieder in die Dose und ich blende euch jetzt hier an der Stelle ein Bild vom Kopf vor ein. Gebaut heute das Ganze im ATH Arena. Auf Vollkontakt mit Lotus 1. Obendrauf zwei Kohlen drin und eine auf Kipp. Der Tabak ist hier neben mir auf jeden Fall schon gut am Kochen und deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt hier den ersten Zug vom Purple Mangostan. Wie gesagt, ich kann euch oder Mangosteen, Mangostin, keine Ahnung, wie man das jetzt so richtig ausspricht. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, ich habe noch nie so eine Frucht gegessen. Also erwartet nicht, dass ich euch sage, wie authentisch das nach der Frucht schmeckt. Zur Rauchentwicklung brauche ich, glaube ich, absolut nichts zu sagen. Raucht Bombe, Aquamenta gewohnt. Ja, das raucht einfach sehr, sehr gut. Und wie ist es jetzt geschmacklich? Weil das ist ja immer am wichtigsten eigentlich. Also ihr habt beim Einziehen wie beim Pflaumenmix auch so eine gewisse, diese Aquamenta-Kühle, wie man sie eigentlich von früher kennt, vorm TPD-System. Ja, also wo noch Aqua vorm Namen stand, da war ja auch immer so eine, diese, ja, schwer beschreibliche Aquamenta-Kühle dabei, die sehr, sehr nice ist, die nicht aufdringlich ist, nur im Unterton und die das Ganze sehr gut abrundet. Die habt ihr hier jetzt auch wieder. Ja, wie gesagt, kein Shot mehr und es trotzdem kühl. Und dann habt ihr halt diese Frucht. Wie gesagt, ich habe die Frucht noch nie gegessen, also kann ich nicht sagen, ob das jetzt authentisch schmeckt. Aber es ist auf jeden Fall süß. Und ich würde sagen, es schmeckt halt wirklich wie eine Frucht. Wie gesagt, ich kann es nicht vergleichen mit der Mangostanfrucht, aber man merkt ja, ob ein Tabak künstlich und übertrieben ist oder halt, ob er wirklich natürlich ist. Und ich würde dem schon wirklich die Natur, der natürlichen Richtung zuordnen. Er ist nicht übersüßt und schmeckt authentisch. Ob der jetzt authentisch nach der Frucht schmeckt, wie gesagt, weiß ich nicht. Aber er schmeckt authentisch nach Frucht. Der Geschmack hat tatsächlich von der Ananas die Süße und diesen typischen Geschmack. Von Pfirsich hat es diese gewisse Saftigkeit, würde ich so behaupten. Traube würde ich jetzt hier so nicht einordnen können. Und von Grapefruit ist so eine gewisse bitterliche, herbe Note. Ja, also nochmal zum Verständnis, falls ihr jetzt geskippt habt. Die Beschreibung von Mangostanfrucht ist ja Traube, Grapefruit, Ananas Pfirsich. So, in die Richtung soll die Frucht schmecken. Und die Nuancen so. Also es hat von jeder Frucht so ein bisschen was. Aber auf jeden Fall unglaublich lecker. Also ich würde das so ein bisschen mit dem Aquamenta Exotik vergleichen können. Es ist halt wirklich eine sehr, sehr exotische Fruchtnote. Aber sehr, sehr lecker und authentisch. Nicht zu süß gehalten. Alles in allem einfach ein super, super leckerer Tabak. Mangostan, Mangostan habe ich jetzt auch noch nie irgendwie in einem Tabak gehört. Ich habe die Frucht, muss ich ehrlich zugeben, bevor Aquamenta den Tabak angekündigt hat, noch nie von der Frucht gehört. Aber dafür ist er auf jeden Fall in dem Tabak super lecker. Und ich kann euch den Tabak auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so auf die exotische Richtung steht, wie bei Aquamenta Exotik zum Beispiel. Dann wird der Tabak safe was für euch sein. Also können wir abschließend sagen, dass Aquamenta hier wieder ein absolutes Brett rausgehauen hat. Ja, also Aquamenta haut zur Zeit so viele Bretter raus. Daraus könnte man ein ganzes Haus bauen. Auf jeden Fall war es das dann auch von mir schon wieder. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst mir ein ganzes Like da und ein Abo, da würde ich mich riesig freuen und bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MyShish.